Ah, Kishidan ist auch wieder zurück. Ich bin Mujizu. Ich bin der Kishidan der Kishidan. Hohjo-Gi-Wa-Waru-Gi-San. Huren-Wa? Ich kann hier nicht sehen. Servus Leute, willkommen zurück zu Tales of Whisperia Definitive Edition. Es ist ein paar Tage her. Es ist mir gestern ein Arbeitsunfall widerfahren. Bei dem ist, ja, ich wollte eigentlich ein Band über eine Kiste ziehen. Habe es auch getan, aber das Band steckte dann unter der Kiste fest. Ich habe dann drangezogen, weil ich es befreien wollte. Und dann ist quasi ein Stück der Kiste abgebrochen und mir direkt ins Auge. Und gleich Krankenwagen und alles. Und es geht, aber ich sehe auf dem rechten Auge fast nichts, also... Ja, damit ihr eben Bescheid wisst. So, wir möchten mal wissen, was da vorne los ist. So, damit ihr Bescheid wisst, falls ich nicht so gut vorlese. Also, bei den Kiste ist er, dass wir so nicht verletzen, dass wir hier mit dem Kiste verletzen. Weil wir uns nicht verletzen, weil es nicht zu verletzen ist. Wir wollen bei den Kiste, wenn wir uns nicht verletzen, dass wir uns nicht verletzen. Wir wollen euch nicht verletzen, dass wir damit verletzen. Untertitelung. BR 2018 Das war's für heute. Das war's für heute. Ich will nicht wirklich nachdenken. Was? Ich bin so einen Haken. Das ist nicht so ein bisschen. Ich würde mich gerne gerne an, oder? Ich bin selbst. Ich kann mich nachdenken. Ich werde mich nicht mehr so bemerksam, dass ich das ganze Leben nicht gezwungen. Es wird so süß, Davido. ich fast nichts. Ich sehe auf dem rechten schon was, aber nur ganz schlecht verschwommen. Deswegen schon mal als keine Information. Es ist aber blöd, wenn Esther weg ist. Kombo Plus, was war das nochmal? Oh, stimmt ja. Ich habe das schon so lange nicht mehr gespielt jetzt. Schon so lange. Oh, es ist so traurig. Ja, Systemsoftware, ich weiß, das hast du mir vorhin auch schon gezeigt. Aber vorhin hast du mir gesagt, ich habe genug Speicherplatz, um das durchzuführen. Ich werde mal schauen, dass ich das irgendwann mal, wenn ich Zeit und Lust habe, klar kriege. So. Ihr redet, oder? Da drin. Werde ich mal vorbeischauen. Hallo. Oder auch nicht. Heute war übrigens ein anstrengender Tag, weil heute war ich auf eine Hochzeit eingeladen, beziehungsweise der Hochzeit meines Bruders. Und an sich war es ganz lustig. An sich. Ich will es nicht genauer definieren. Muss ich auch nicht. Aber es war auch anstrengend. Denk sind sich Braten, mir und Banten. Dann gehen wir ins letzte Zimmer. Wer ist doch nicht da, der Don? Was redest du da, Typ? Der Don ist weg. Guck. Sei denn, ich will der Don sein. Hey, jetzt bin ich der Don. Gut, Juri hat, glaube ich, er hätte zwar das Zeug, der neue Don zu sein, der neue Leiter dieser Union, aber ich glaube nicht, dass er es wirklich will. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Aber das ist in dem Gast raus. Das könnte er auch sein. Oder du weißt was. Jetzt, da wir mit dem Reich ein Freundschaftsabkommen abgeschlossen haben, wird die Arbeit bestimmt viel leichter. Mhm. Leider weiß ich nichts davon, weil ich nicht weiß, wo die ganzen Leute sind. Vielleicht muss ich einfach raus aus der Stadt. Das kann auch sein. Was zum Pressen denn? Was ist das Gasthaus? Mhm. Vor langer Zeit hat jemand zu mir gesagt, Arbeit sei, was man daraus mache. Wenn ich erst was daraus machen muss, verzichte ich lieber drauf. Gott, wie seht ihr denn aus? Ah, ich weiß schon, wo ich hier bin. Das war doch der, wo ich mich reingeschlichen hatte, oder? Ja, das Verschloss. Oh, keine Chance. Der Barkeeper da unten. Mhm. Ah, hier kann ich rein. Oh, ja. Fuck. Okay. Ich weiß auch, wie er auf die Stimme geworden ist. Ich weiß, was ich selber, wenn ich das so gut verhäte, kann ich, wenn ich das was ausmache. Du kannst du auf die Stimme geworden ist? Hm. Das weiß ich nicht. Ich verstehe. Aber das Stimme ist sehr hoch. Er ist der Stimme geworden? Aber das Stimme geworden ist. Du bist der Stimme geworden ist. Ja, vielleicht... Sorgen oder neuer Safe-Punkt. Oh, hier sind noch alle mit von der Partie. Aber wenn Estelle auch weg vom Fenster ist... Oh, das wär doof. Ich mag Estelle Estellis. Ich glaub, draußen quaken die Enten morgen um diese Uhrzeit. Das ergibt Null Sinn. Die sollten doch schon lange im Stall sein. Ja, wir haben Enten. Falls irgendjemand fragt. Kann ich dich abballern? Ja, kann ich, aber es bringt nix. Gut, dann gehen wir mal raus aus dieser Stadt. Die Frage ist nur, welchen Ausgang nehme ich den da? Schauen wir mal. Oh, ich bin erschöpft. Es war ein langer Tag, holen wir uns in der Gaststätte aus. Ach so. Ich war doch gerade in der Gaststätte. Ach so, nee. Hier. Das ist jetzt schon wieder Maus, hör auf. Na dann, willkommen! Aha! Das ist jetzt hier. Das ist es schön. Das war's für heute. Das ist eine gute Regelung. Was ist das? Wie geht's das, Yur? Also... Wenn ich nicht so richtig, dass ich das nicht richtig küsse... Das ist wirklich so. Also, wenn ich es zu sagen, dann wird es etwas besser. Hey! Ich habe keine Angst, Frau Frau. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Er ist in der Tenten in der Tenten. Wenn du ein Knochen hast, wasst du? Ich verstehe, wasst du? Du, wasst du? Oh! kr 鏡 鏡 鏡 鏡 Das ist für mich. Du bist so schnell, wenn du dich schlappst und schlappst. Du bist so schnell, wenn du dich schlappst. Du bist so schnell, wenn du dich schlappst. Und dann... Ah, das ist die Verkaufstelle der Verkaufstelle. Das ist gut. Ich kann auch... Ich kann auch das machen. Wie ist das? Ich kann nicht schlappst. Du bist schlappst. Ich weiß noch nicht, dass ich noch nicht. Das war's für heute. Was ist das? Das war's für mich. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020